Kann man das abbauen hier? Oh, Scheiße, nein! Nein! Bist du dumm? Nein! Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Weiß... Verdammt noch maler Pinky Deutlich... Achso, okay, gut Zur nächsten Folge Schein Und hier ging's direkt ab mit einem kleinen Pinky Der ist so richtig pink und jo Wir sind hier stehen geblieben in dieser... In dieser Pilz... Pilzuntergrundshöhle Die gibt's auch im Meter Da drüben ist so ein Obsidian Pool Aber ich hab jetzt eigentlich gedacht, das gehört vielleicht zur Festung Da oben ist noch Festung Hier war glaube ich schon jemand Ne, 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 ne Ne, hier war noch niemand Okay, komm, au Oh Äh, ja, bauen's grad... Warte mal, wollen wir uns grad runter bauen? Jo Komm einfach her Geh einfach so Einfach so gg Ach du Scheiße Irgendwas explodiert Glaub ich Ne, das war das... Das ist der Ton von dem Sand auf dem wir laufen Achso Warte mal, was ist das hier? Doch, das Ding explodiert Doch, was... Was war das? Das ist so ein... Da, guckst du, dass alles noch drüben steht Wie diese Lampe da Achso, ja, die Lampe... Okay, dann... Aber die machen einem nix Meine Nase läuft, meine Nase läuft Yay Ich muss ein Tempo nehmen und dann... Das Giftwasser, oh man, das riecht schon... Das riecht ja schon so tödlich Das riecht schon göttlich Da muss man gleich drin baden Ja, genau Oh, da unten ist so ne Kack-Kackspinne Ne, 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 ne... Dann geh weg, dann geh weg Hier ist noch Venomite, seh ich grad Ich will aber mal hin Ich will alle Monster mal erkunden Oh Oh, hier sind Zombie-Pigments Also ich hab grad welche gehört Den Sound zumindest Wo... Wo war jetzt diese Netherfestung? Lass mal hochbauen hier Weil ich hab irgendwo hier grad so ne Netherfestung gesehen Von da, wo wir die Folge begonnen haben Warte kurz Ich will kurz hier nach unten Ich will hier mich kurz umgucken Wehe, du... wehe, du stirbst, Alter Ich stirb nicht, ich stirb nie Außer siebenmal Obwohl es nicht resettet Sondern muss ich einfach merken Ja Naja, das... Komm her, du spinne Komm her Ja, da hab ich dich So ein harter Gegner Er hatte 10 Leben Und hat nischt gemacht Ich komm wieder hoch Hier ist das Endzone Ja, wie das wissen Wo ich hier ähm Eigentlich bin Beziehungsweise Wie der hochbauen muss Um an mein Ziel zu kommen Und wo man Onyx findet genug Ne, äh, ich will eigentlich ja nur in die Festung da oben rein Wo ist die nochmal? Ach so, okay Die ist einfach, guck mal Hier ist ein Zombie-Bigman Hasst der mich? Hasst der mich? Ne, der hasst mich nicht Aber jetzt hatte ich ihn Hehehe Okay Wow Kann man das abbauen, ja Geht einfach mal die Festung hier Nein Nein Bist du dumm? Nein Was? Nein, ich bin tot Was? Echt? Was soll ich machen? Nein Hä? Lol? Mann, ich hab das Ding abgebaut Wo bist du? In Lava Und dann konnte ich nicht mehr raus Scheiße Lois Bist in Lava gestorben Jetzt bin ich in Not-Up-Haus Scheiße, hab ich ge- Bist du in Lava gestorben? Äh, ja Ich glaub Hast du dein Zeug verbrannt oder auch, Mann? Ich glaub, das Ding hab ich noch rausgeschmissen Das, das Regenerationsteil von uns Glaub ich Ja, das hast du doch eh stehen lassen, oder? Nein Was? Ne, ich hab's rausgeschmissen Echt nicht? Naja Wie meinst du raus? Aus der Lava rausgeschmissen Das heißt, diesen Regeneration-Spot Da Muss ich suchen Ich weiß nicht Wo bist du denn genau gestorben? Mann, ey So dumm Gibt's hier auch nen Nähte-Eingang? Aua Äh, ich weiß nicht Aber da musst du jetzt eh erstmal draußen bleiben, weil du sonst wieder stirbst Fuck Ich muss erstmal nach dem Kristall suchen Scheiße Und ich einfach Wie Wieder Warte Äh Oh Mann, jetzt muss meine Mutter auch grad Staub saugen So, und da bin ich auch schon wieder Ähm, Leute, mein Aufnahmegeräte ist grad abgekackt Also ich hatte keinen Speicherplatz mehr Ich bin aber grad mal Mit dem er das ganze vor seinem PC fasziniert hat Ja Aber Nein! Ich bin in Treibstand Willst du mich verarschen? Ne, ich bin wieder draußen Dein Ernst? Ne, ich bin wieder raus Mann Und ich bin grad mal Ich bin grad mal 100 Blöcke gelaufen Ich bin grad mal 100 Blöcke gelaufen Ich bin jetzt grad in Lava gestorben Aber wenigstens ist der Regenerationsstein nicht in Lava gefallen Und auch meine Ja, dann Doch meine Rüstung auch Aber es ist nicht so schlimm Tödlich für dich gewesen Ne Tödlich Aber ich hab jetzt halt nur einen Tod jetzt Die Stars Ja, erster, immer erster hin Das können wir ändern Du killst mich jetzt einfach die ganze Zeit Jetzt muss ich wieder zurückrennen Naja, klar Bei Du musst halt mal noch in deinem Bett rennen Du musst halt mal noch in deinem Bett rennen Die ganze Zeit Bei Noderpoch Schlaf Da ist ein scheiß Aspid Aspidhomo Aspidh An Aspidh An Aspidh An Aspidh An Aspidh An Aspidh So, ich mach mich jetzt wirklich mal auf den Rückweg Beziehungsweise bin es schon Lol, lol Da vorne ist so ein Schuss Viech Schnell weg Was ist da? Ein Onyx? Ah, das sieht aus wie so ein Keine Ahnung wie so ein Ding aus solchen MMO-Dingern Ja, das ist immer so Oh, ist kalt das Seitdem müssen wir den töten machen Oh, normale Welt Oh, ich bin im Portal Hat geschafft Hat geschafft Warte Oh yeah Oh yeah Plus 400 Minus 100 Ich nehm mal dieses Riesenbambus mit Das hab ich Bock drauf Okay Mach das Kann man da raus denn machen dann So Muss mal gucken, dass Ähm, wie meinst du Achso Ich bin direkt neben der Spawnstadt Okay, das kalt das sollte, wenn er bei seinem Home ist, weit genug von mir entfernt sein Hoffe ich zumindest Oh, bestimmt ist er bei mir ist er ja in der Nähe Egal Achso stimmt, dann pass mal auf Ja, ich bin schon ein bisschen weggerannt davon Okay, gut Ich bin auch gleich at home Und dann werden wir erstmal, ähm, uns, uns wieder sammeln, unser Zeug machen Und ich werd vor allem gucken, ob ich jetzt endlich mal hier so, äh, her, also Sachen herstellen kann, gute Sachen mal herstellen kann Jo Eine Stunde Naturwissenschaft, sprich Physik mit Sternen und sowas Dann haben wir eine Stunde Mathe, eine Stunde Englisch und eine Stunde Deutsch, sprich vier Hauptfächer hintereinander auf zwei Stunden gepresst, das ist so behindert Und dann noch vier Stunden Mittags, Alter Ich könnt so kotzen, das haben wir heute bekommen, wir haben's alles so fucking aufgeregt Boah, jetzt bin ich das auch mal los, ey Hast du doch irgendwas auf dem Herzen Bei mir hat sich der Stundenplan nicht geändert Weil ich ja Kursstufe bin, dies, das Da ändert sich dann nichts Nee, hat sich bei uns aber generell überall geändert, Mann Ja, geil Bei dir läuft halt, flüssig Ja, echt so Ja, und das, das, du musst halt die Strafe bekommen, dass du, dass du so schlecht bist in, in Minecraft, und naja, hast du halt die Strafe bekommen, verstehst du? Ah, deine Lerbe Oh, so endlich, äh, the way, I found the way back home Geil I will put this into this, und, äh, I will put all into this Into this shit chest, yo Oh, ich bin wieder da, ich bin wieder zu Hause Zuhause, zuhause, schlafi Wir machen jetzt am besten mal eine Kiste für alle Nether, jetzt So, fuck's, hab ich vergessen hier das Ganze Dazu sag ich, moinsen Schlaf wieder in meinem Bettchen, endlich, betti So, moinsen Kannst auch mal schlafen, dann wird's Tag Der ist schon eine halbe Stunde auf dem Server und Und ich sag moinsen Ja, passt Kommt doch Kürze Minuten haben wir noch Das sollte reichen Ähm, deine Aufgabe ist Jetzt folgendes Lumberjacks Hatchet Du nimmst jetzt die Schaufel, da drin ist und gehst vorne am Ufer mal eben nach Dingsuch, nach Lehm Das brauchen wir nämlich Für die Rüstung Mach's einfach als Strafe, dass du gestorben bist Ähm, okay Okay, ich mach mir ne Dingens Schaufel Ich mach mir ne Kannst ja auch nur ein Schwert nehmen, was da drin gibt oder sowas Mach ich denn jetzt Brauchen wir eh nicht Hm Ja, ich nehm mal einfach ne Steinschaufel Das wird reichen Ja, drin geht noch ne Goldschaufel, die du noch abnutzst, weil Ich denk mal, sobald du, du weißt, gefunden hast, du brauchst du im Prinzip 16, glaub ich Ja, 16 Hier ist irgendwie ein Zombie Ah, hier ist ein kleiner Zombie Woah, da macht so viel Schaden, man Ich bin tot Woah Scheiße Ich muss rein, ich muss rein Ich hör die ganze Zeit nur den Ton, aber warte, ich platziere mal das Viech hier wieder Mach das Ding hin Hast du deine Enderperle hast nicht, oder? Nee Hast du mich gerade nicht gehört, wie ich geschrien hab? Äh, ja, hab ich Also, ja, ich hab das gehört eigentlich Das hat mich mit drei, mit drei Schlägen hat mich das fast gekillt Man, ey, hier Eine Mini-Zombie sterbe ich hier noch Hast du, Holz hast, du hast jetzt, glaub ich, grad gar nichts, oder? Ich hab grad gar nix Doch, ich hab fünf Bamboo-Banzo So richtig geil Okay, dann, ähm, geh du jetzt eben mal Ich nimm das mal Das machen wir als Tür, das sieht bestimmt cool aus Woah Geil einfach nur Guck dir die Tür an Die stylische Tür So Das baue ich dir direkt wieder ab Okay, ähm So Okay, Lebe, das ist einfach mal gleich doppelseitig Lehm Hier ist Sand Was ist da unten? Oh, hier ist ein Meteorit eingeschlagen Echt? Dann können wir das später abbauen Da halt, hier ein Bann mal Weil daraus Aus den Chips craftest du dir ein einfaches Zeug Oh, ja Oh, hier ist Lehm, hier ist Lehm Oh, hier ist viel Lehm Dann bringst du das einfach sofort zurück Dann können wir das, ähm Einfach Einfach, ja Das dann einfach praktisch Verarbeiten Ich hasse es einfach die ganze Zeit früh aufzustehen in der Schulzeit Dann bin ich nachmittags einfach die ganze Zeit müde und kann nichts machen Dann wollen sie immer noch, dass man lernt und alles Das ist voll scheiße Deswegen nehm ich auch, nehm ich eigentlich immer so Wochenende auf und so Mach ich auch immer, deshalb, weil ich ja eh zwei Videos am Tag bringen will Dann passt das einfach besser Okay, ich komme hier zurück Okay, dann brennen wir das nämlich sofort, dann können wir uns auch schon unseren Fusionsofen machen Dann brauchen wir nur noch Gas trennen Hast du kalt? Ich frag den einfach mal kurz Sollen wir dich töten? Ja, das machen wir Das machen wir danach, so insgeheim Na hier, äh Sollen wir das hier braten oder nicht? Ähm, ja, mach das auf jeden Fall mal rein Hier, warte, krieg's, oder Einfach mal irgendwo rein, ich lege Kohle nach Warte Ich teile das auf in vier Ofen Ne, mach's einfach in einen oder so So, in vier Oh, da ist noch irgendwas drin Quicksilber, geil Wah Und dann gib's dir jetzt mal Fusionsofen ein, weißt du im Inventar Und dann kannst du, und das craftest du uns dann am besten Okay Ich geb' mir mal die ganze Gammelrüstung, die du hast Dass ich wenigstens ein bisschen so Rüstung hab Äh, warte, bediene ich einfach an dem Zeug, was hier drin liegt Der Kiste Also die, die bei den Öfen da steht Was ist der Unterschied zwischen dem Fusionsfusion... Ja, ne, ist das egal Okay Okay Okay, zwei Eisen brauch ich Zwei Kohle Hast du Kohle? Ähm, hab ich ja Gib mal, please Wann machst du Onyx? Wann machst du hier Onyx rein? Hä, hab ich? Ja Auf Äh, ja, ich potz der Kohle Warte, in einem Ofen liegen ein... oder warte, ich leg die jetzt einfach hier rein Oh, ne Hä, loll Ja, egal, ich nehm hier oben Es liegt in einem Ofen einfach ein bisschen zu viel, dann ist die raus Ja Bring mal die Inkels derzeit runter Ja, das brauch ich auch noch weitere Kisten Hm, braucht man 16, ja genau Wir haben, wir haben Bambu Zeug zwar wahrscheinlich, keine Ahnung, ob du oder Petters... Ja, hab ich schon Hab ich geholt Bamboo Ja, dann haben wir das Zeug auf jeden Fall mal So Ähm, haben wir noch Holz irgendwo So, jetzt geh mir, mach mal schnell einen Ofen, Gipsen ins Inventar Was? Mach mal schnell einen Ofen Ähm, Moment Ofen, dies, das Ups, shit, in dem Ofen war wahrscheinlich noch was drin, aber das passt schon Oh, ich hab ja einen Ofen Loll Achso, ja, dann hast du, du hast den bekommen, weil ich grad einen abgebaut hab Achso, gut Hier ist der Fusionsofen Oh, shit Yeah, yeah, yeah Und, ähm... Das ist einfach mal alles Zeug, was du nicht mehr brauch Das ist so einiges Okay, gib mir mal irgendeine Gammelrüstung Ja, nimm dir einfach mal die beiden, die drei Teile, wo ich grad zuletzt reingelegt hab, die gehören eh dir Okay Dann nehm ich noch Ne, das nehm ich nicht Ich mach mal einfach full iron, oder? Wir haben ja genug Ähm, ne, da liegt noch was drin, was verzaubert Das nimmst du das Hast du... 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 gerümpel ja soll ich mal genannt ich mache es wollen wir mal so eine falle machen eine quicksand falle macht immer mal hier eine hin nein jetzt habe ich hier einfach mal so ein barrikadenkreuz kräftig vollidiot es ist halt es ist aber einfach viel zu früh auf den links klicken so jetzt in der folge noch bei als kalter und die ganzen leuten von denen so seien ob sie wollen oder nicht ich mache mich auf den weg und los geht es so ich bin jetzt noch 530 blöcke von den weg und ich sehe schon dass dann schon das noch von denen kenne auf jeden fall als gutes wenn die zu uns wollen müssen die erstmal so 500 blöcke wasser überwinden das ja das dauert eigentlich voll nicht lang ich bin ja ausgestattet soll jetzt eine kleine falle gemacht da soll ich reinfallen dass wenn halt jemand ganz dumm ist und dann rein fällt dann hat er echt pech man so haben wir alles hier ja okay hier ist das schiff was das letzte in weiß folge kaputt gemacht habe was dann abgebrannt ist da hat auf blogern auf confusion logon haha was ist das hier confusion kurare es ist man nicht ging gar nichts das ist aber so eine pistole wir hätten sogar schon bambu hätten wir schon bei mir noch der ist und dann hätten wir es okay warte ich such das mal vielleicht haben wir das ja mit glück okay ich bin jetzt noch hundert folge das schiff fährt einfach mal bis zu 100 folgen 100 folgen weit weg ich bin nicht mal so weit weg ich bin jetzt noch 80 blöcke weit weg ja ich sehe es schon ich sehe es schon jetzt willst du das kalter kill will nur gucken ob der da ist begrüßt ihn einfach freudig ist das ananas was willst du und so ist da er ist da ja alter ist da er ist da ja irgendwo vor seiner tür darf ich reinkommen darf ihn ja nicht angreifen aktuell warum weil ich ja im weil er im peace bereich ist in seinem haus oder wo jolo einfach noch einfach jolo peace bruder ich suche mal hier so fernkampf waffen pistolen okay wo gibt es auch andere crossbow gibt es ja auch fragt immer ich verhandeln mal mit dem noch einfach mal ein crossbow das sieht mir geil aus ich mache einfach mal jolo immer kurz in den jahren dann schon fahren wir dort mal eben eine enderperle okay dann war es das jetzt auch schon wieder von der folgen aber schon wieder zwei folgen aufgenommen warte kurz ich muss noch ein crossbow machen hier ein normalen bogen plus aber ich sage das nächste kurs über den wo ich noch pfeile dann kannst du den bogen nämlich wieder haben habe ich meinen crossbow was mit dem crossbow was kannst du damit anfangen ich glaube da kann man schneller mit schießen ich glaube ich ich brauche nur kurz pfeile zum testen aber ich habe keine pfeile leider hier habe ich das hier in diesem dungeon wo floh glaube ich seine ja genau hier ist die endermann fang vom endermann fang hinaus genau 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 vom fahmer her okay so das habe ich schon mal ich verzauber mein mein crossbow einfach mal auf 1 power 1 haben wir keine pfeile hast du pfeile ich habe zwei stück dann komm zurück und gib mir die ich bin jetzt eh schon wieder auf dem rückblick weil ich die dings hab und dann und damit können wir uns einen advanced enchant advanced enchanter machen so spricht man damit kann man ja dann kann man da entscheiden was man will genau das ist so ein fähig wie bei hexeter naja gut finde ich geil finde ich epic ich auch ein tipp gehen wie mit afk und würde ich auch mal sagen auch ja um die eine kiste stehen aber legt einfach mal zeug tun drin ich weiß ja nicht mal ob das von denen ist oder so ja da ist jetzt aber auch nicht wichtig nichts wichtiges drin mensch auch war da eine kiste naja bei dauer aus oh ja wir müssen aufhören ja jo dann würde ich mal sagen oh ich hab grad ja geil ich hab grad nochmal ein item bekommen würde ich mal sagen was das von der folge scheint genau wenn es euch gefallen hat lasst doch gerne eine bewertung da auch beim unimuni ja und äh dann würde ich mal sagen sehen wir uns beim nächsten mal bis dann bis dann tschau 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 tschau